Hat uns schon mal jemand von euch gesehen? Diejenigen werden jetzt jedenfalls auf alle Fälle unsere Herbergsmutter und Leiter der Kampagnie und alles unseren Gerd vermissen. Gerd ist leider im Krankenhaus gewesen. Nichts Schlimmes, er ist wieder zu Hause, muss sich noch ein paar Wochen erholen. Aber leider kann er heute Abend nicht dabei sein und dafür ist ganz kurzfristig und wir sind sehr glücklich darüber Clemmy Clemson eingesprungen. Also befürchtet ihr Clemm Clemson. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020